TH-Flugra... Ah, scheiße! Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nein! Kacke! So. Alarmierung läuft. Hehehe. Löschzug 23 wird alarmiert. Sie erhalten 1000 Punkte. Ja gut, das hätte... Das tut mir leid. Da gibt's Tote, da gibt's Tote. 100 Pro. Scheiße. Oh, Mist, Alter. Kacke! Oh, Leute. Hättet ihr mich nicht darauf hinweisen können, dass es da brennt? Bilddienst wird alarmiert. Mal gucken, wo's noch so kommt. Was haben wir denn hier noch so? Steht hier irgendwas hinter? Da steht noch eine RTW. Achso. Steht da noch? HLF wird alarmiert. Oh Mann, das habe ich gar nicht gesehen. Oh Mann, oh. Hubrettungsfahrzeug wird alarmiert. Wunderschön. Einsatzleitung. Einsatzleitung hier. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ne... Nef hier. Auf dem Weg. Erstmal organisieren. Hier direkt vor die Treppe. Bin unterwegs. Du bitte zum Außenangriff. Auf dem Weg. Bei der RTWs zum Nef. Absitzen. Auf dem Weg. Wir machen zwei auf dem Weg. Auf dem Weg. Du bitte Außenangriff. Beidienst zur Einsatzleitung. LF in Bereitstellung. Absitzen. Aufbauen. Rinnen im Korb. Nicht ins Auto. Im Korb solltest du. Rinnen im Korb. Absitzen. Feuer. So, und du? Äh, einmal du absitzen. Ne, ups. Naja, egal. Ne, setzt nochmal auf, bitte. Da. Absitzen. Feuer. Ja, sehr schön. So, ins Gebäude. Du löschen. Ihr beide. Nein. Stopp. Das Gebäude kann aufgrund der Verrauchung nur mit Artikeln reichen werden. Ja, ist in Ordnung. Macht nichts. Ich weiß. So, dann hätte ich gerne noch ein zweites. Die macht da. LW A. Was bist du? Du bist eine RTW. Da. Genau, Bereitstellung. Das ist nur... Alter, was da alles kommt. So, du lass den mal frei. Du ins Gebäude vor. Du legst den ab und holst die Verletzten da raus. Brauch mehr Atemschutzträger. Rinn ins Gebäude da. Ja, komm schon. Rinn ins Gebäude. Hier rüber. Rinn ins Gebäude. Was bist du? Befehlswagen. Ich sag doch, das ist ein Bus. Rinn ins Gebäude. Rinn ins Gebäude. Was bist du? NEF. Ich brauche die beiden PA-Träger. Ihr bitte vor der Treppe in Bereitstellung. Du gehst nach da. So, du holst dir den raus. Du legst den ab. Ihr steigt erstmal alle. Außer du. Einmal aussteigen. Ablegen. Du bringst den raus. Du holst dir den. Löschen. Und nach da. Du ablegen. Du raus. Du rein. Genau, das machen die schon automatisch. Sehr schön. Scheiße, jetzt ste... Ja, geh mal wieder runter hier. Feuer aus. Massenanfall am Verletzten. Was bist du? GW Rettungsdienst. Sehr geil. Gehen wir nach da. Was bist du? U-Dienst nach hier. So, Einsatzriegel. So. Aber bitte aufbauen. Genau, du bringst... Was kommt da jetzt noch? Was bist du? GRTW. Ist ja geil. B-Dienst 10.1. Hamburg 12.0. Okay, so. Du minus. Du da rein. Du bringst den. Du bringst den ins Zelt. Lass nämlich auch ein paar Leute rein. So, du nimmst dir den und bringst dir den in... Lebt? Ja. An sich könnte da auch erstmal Notarzt durchgehen. Und gucken, wer noch lebt und wer nicht. An sich könnte ich das wirklich so machen. Ich brauche mal einen Notarzt. Komm, geh runter da. Was machst du denn? Ja, der bleibt da oben stehen. Was weiß ich. Ja, so sollte der nicht stören. So. Notarzt geht rein. So, dann bauen wir den ELW auf. Zur Einsatzbesprechung. Fahrzeug 517, Kör. Fahrzeug 38, Fahrzeug 27, Kör. Fahrzeug 46, Kör. Finde ich lustig. Jetzt gehen nämlich alle da rein. Finde ich geil. Ja, komm rein da. Hoch da. Du Held. So, guck mal. Lebt. Lebt. Kann ich nicht rüber gehen. So, komm hoch hier. Dann sterben wir die nämlich gerade alle. Ja, ja. Wird gemacht. Komm, raus damit. Und direkt rein da. Geht. Geht klar. So, du holst dir den raus. Du nimmst dir den. Nein, falsch. Falsch rum. Du nimmst dir den da. Die da. Ist ja geil. Ist ja eine Frau. Alter, das ist ein geiler Einsatz. Ich hoffe, das Spiel gestützt. Ich habe nicht lobt. Das spüren wir nicht. So, rein da. So, jetzt brauche ich neun. Hallo, ich brauche neun Feuerwehrmann. Ist ja schon voll, ne. Gut. Hoch da. Wieso kann er den da nicht runter? Jetzt. Sehr schön. Finde ich geil hier die Einsatzbesprechung. Das ist ja mal übel krass. Übel krass geil. So, du holst dir den da. Du beiseite. Na komm, hol sie dir. Du kannst sie eigentlich auch sonst in den bringen. Lebt noch. Lebt nicht mehr. Okay. Ich brauche hier mal einen. Da. Also ich könnte hier jetzt auch was tun. Allesamt ablegen. Hochrennen. Du wartest davor. Du wartest auch davor. Was regnet das denn jetzt? Ich glaub's ja wohl. Habe ich noch einen anderen Einsatz aufs... ...reiz gelandet. Okay. Okay, wie geht's dem? Tod. Lebt. Okay, du holst... ...den da raus. Der hier. Ist tot. Okay. Gut. Du bringst den in den rein. Du gehst hoch und holst hier einen. Du gehst hoch und holst dir den da aus dem Weg. So, ich würd sagen, wir arbeiten das hier ganz gut ab. Oh, da ist ein Toter drin. Den hätte ich gern ausgeladen. Geht nicht. Wieso auch immer nicht. Wollen wir absetzen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie ich die da rauskriege. Achso, geh mal weg da. Du im GRTW. Ich will zu dem da. Willst du da hin? Nee. Komm. Leg den mal einmal nur beiseite. Äh, ablegen. Ablegen. Geht nicht. Okay. Dann bringst du den noch da. Du kommst und holst dir die da. Nein, noch nicht. Noch nicht. Über die Treppe kann immer bloß einer gehen. Oh, mein Gott. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Tö, 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 tö. Geht sie dem, weil der ist eben tot. Tot. Okay. Goodie. Ja, den Toten kannst du eigentlich ablegen. Fahrzeugabbau. So kalt geht das einfach so? Es befinden sich noch Patienten. Wie kriege ich die denn da raus? Ja, okay. Super. Ich habe keine Ahnung, wie ich die da rauskriege. Gebäude betreten, ey. Steigt mal da ein. Ah, haha. Steigt mal aus. So. Geht nicht. Wieso nicht? Stehe ich nicht. So, da habe ich jetzt drei Leute drin. Den kann... Der hier da noch rein. Und den GRTW. Wie kriege ich die denn da raus? Patient aus Zelt holen. Patient aus Zelt holen. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil zugeparkt oder was? Fahr durchs Zelt durch. Wie kriege ich die denn da raus? Naja, ihr könnt euch den nennen. Oder gibt es einen Bestatter? Ich glaube nicht, ne? Alter, dieses Gewitter ist ja schlimm. So. Oder welches? Das hier muss euer sein, ne? Ich finde das mit dem... Äh, mit dem Bus hier so geil. Liegend auf... Patient mit Polytrauma liegend aufgenommen. Der ist tot. Sorry, dass ich das so sage, aber der tot. Tot. Okay, warte mal. Der kann hier jetzt noch. Du fährst einfach mal direkt vor die Treppe. Ja. Haben wir noch irgendwas offen? Nö, gut. Ich habe das ja vorhin nicht mitgekriegt, dass der hier ausgelöst wäre. Wir hätten, glaube ich, alle retten können. Hätte ich retten können. So, ich hätte hier jetzt gerne noch... Könnt ihr? Ach so. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Guck mal, ich muss auf den drücken, nicht aufs Zelt. Haha. Sehr geil. Parken. Sehr, sehr geil. Ach so, falsch. Das wollte ich. Ist ja noch der ein oder andere drin. So, ihr holt ja noch mal einen. Weil einen könnt ihr, glaube ich, noch, ne? Könnt ihr noch einen? Jo. Gut. Ihr einmal so. Und absitzen. Geht mal da hoch. Uiuiui. Meine Nase ist immer noch dezent verstopft. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich bin immer noch ein wenig verschnupft. Fair und schnupft. Sind keiner mehr drin. Sehr schön. Steigt mal aus genug, Arzt. Gut. Dann sind die sechs gleich auf Anfahrt. So. Parken. Was war das denn jetzt? Fliegen der Transport oder was? Oh ja. Soll bin ich da. So, denn du noch. Hä? Achso. Ach, da liegen ja noch zwei drin. Mist. Habe ich noch ein RTW da? Ja. Hä? Hä, die wurde noch nicht von einem Arzt untersucht? Klar wurde die von einem Arzt untersucht. Die glaubst ja wohl. Und dann komm her. Das ist Arztuntersuchung, wenn du willst. Kann ich dir auf der Trager? Ne. Das wäre geil. Aber nein. So, parken. Nein, du sollst deine Leute mitnehmen. Du Held. Du Held der Arbeit. Tja. So. Abmarsch. Du, untersuchst du den einmal kurz. Sehr schön tot. Naja, was heißt, ist nicht schön, aber naja. Alter, Hamburg Mod gefällt mir. Die ist stabil. Die läuft jetzt schon seit 28 Minuten. Aber ich will hier nicht zu früh loben. Sonst, äh, ihr kennt das ja, ne? Was man lobt, schwitzt ab in der Regel. Sehr schön abgearbeitet. Du kannst schon mal runterkommen, damit du nachher gleich abfahren kannst. Immer ins Auto rein. Ins Auto, ins Flugzeug rein. Sehr geil. Also Hamburg gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Die sprinten durchs Flugzeug. Yeah. So, und. Coolie, das müsste denn jetzt. Zwei sind da auf jeden Fall noch unterwegs. Eins. Fahrzeug 31, höher. Ne, doch nicht. Fahrzeug 37, höher. Kann ich hier denn noch irgendwo ein? Uah. Diese Kamera. Das ist schlimm. Aber was soll's. So, einer hier. Fahrzeug 41, höher. Patient mit Polytrauma. Aber wo ist der denn? Einer fehlt mir jetzt noch. Wo ist der denn? Achtung. Ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Ein Taschendiebstahl. Ist ja, ich bin immer im Auto drin, ja. Festnehmen und abtransportieren. Das kann ich dir ja gleich direkt so aufhören. Schon unterwegs. Fahrzeug 31, höher. Nur noch zwei. Hat der wirklich keinen mehr drin, nee. Fahrzeug 37, höher. Der hat auf jeden Fall noch einen. Fahrzeug 41, höher. Ist denn da noch einer drin? Geh mal bitte gucken. Ich glaube... Äh, wo bin ich? Ach so, perfekt. Guck mal her hier. Fahrzeug 31. Ich hätte gerne die Funktion wie bei... Wo war das? Harbor City? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendeinem Ort gibt es die Funktion. Da brauchst du bloß den Streifenwagen. Zack, anklicken und weg ist er. Auf dem Weg. Also dann fangen die den automatisch. Das finde ich eigentlich ganz geil. Weil... Polizeieinsätze sind eh nicht so gut. Ach, da liegt noch einer. Unter dem Sitz. Unter dem Sitz. Ich wundere, dass man den nicht sieht. Ach so, das ist der Zugführer. Äh, guck mal, der Zugführer will nichts tun. Hä? Zugführer, Fahrzeugführer meine ich. So geil, der steht... Steht der da oben auf dem Auto drin? Finde ich cool. Finde ich cool, finde ich cool. So, dann habe ich denn noch ein RTW vor Ort? Äh, nö. Wie.